Ich begrüße Sie zu IsraelNetzTV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Bundeskanzlerin Merkel hat den Einsatz ihres Landes für die Sicherheit Israels bekräftigt. Deutschland sei dabei nicht neutral, sagte die CDU-Politikerin am Sonntag in Jerusalem. Merkel nahm an der israelischen Kabinettssitzung teil. In der anschließenden Pressekonferenz mit Premier Bennett betonte sie, vor dem Hintergrund des Holocaust sei es ein Glücksfall, dass Deutschland und Israel in vielen Bereichen eng zusammenarbeiteten. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem schrieb Merkel in das Gästebuch. Die dokumentierten Verbrechen gegen das jüdische Volk seien den Deutschen immerwährende Verantwortung und Mahnung. Der israelische Staatspräsident Herzog hat vergangene Woche in der Ukraine ein Gebet für Juden gesprochen, die vor 80 Jahren von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Anlass war das internationale Gedenken an das zweitägige Massaker von Babi Yar bei Kiew. Im fielen Ende September 1941 mehr als 33.700 Menschen zum Opfer. Es gilt als größte einzelne Mordaktion an Juden im Zweiten Weltkrieg. Bei der Gedenkzeremonie sprach auch der deutsche Bundespräsident Steinmeier. Er betonte, dass Deutsche diese Gräuel begangen hätten. Worte versagten vor dem Ausmaß ihrer Grausamkeit und Brutalität. Eine neue Gruppe der Knesset widmet sich den Abraham-Abkommen zwischen Israel und arabischen Staaten. Am Montag waren zur Eröffnung der Berater und Schwiegersohn des früheren US-Präsidenten Trump, Kushner und dessen Frau Ivanka Trump zugegen. Außenminister Lapid dankte Donald Trump und Oppositionsführer Netanyahu für ihre Rolle bei den Abkommen. Netanyahu war damals israelischer Regierungschef. Lapid rief auch andere Länder und die Palästinenser zum Frieden auf. Unter den diesjährigen Wirtschaftsnobelpreisträgern ist ein US-Amerikaner mit israelischer Staatsbürgerschaft Joshua Angrist. Der 61-Jährige lehrte unter anderem an der hebräischen Universität Jerusalem, bevor er 1996 ans Massachusetts Institute of Technology in Cambridge in den USA wechselte. Mit dem niederländisch-amerikanischen Wissenschaftler Hido Imbens wird er für methodische Beiträge zur Analyse von Kausalbeziehungen geehrt. Dritter Preisträger ist der in Kanada geborene Arbeitsmarktforscher David Card. Im Jerusalemer Israel-Museum wird derzeit eine sehr ungewöhnliche Landkarte aus dem 14. Jahrhundert ausgestellt. Das elf Meter lange Pergament wurde zusammengerollt in der Nationalbibliothek von Florenz aufbewahrt, sodass die Farben erhalten blieben. Der Künstler ist ein namentlich nicht bekannter ägyptischer Jude. Er hat eine Pilgerreise erst durch die Sinai-Halbinsel und dann durch das Heilige Land hinauf bis zum Libanon unternommen. Daraus schuf er die Landkarte. Das war IsraelNetzTV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen. Das war IsraelNetzTV für diese Woche.